Jetzt arbeite ich wieder sieben Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag und ich muss sehr viel dafür bezahlen. Ich arbeite jetzt wieder sieben Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag. Jetzt arbeite ich wieder sieben Tage in der Woche, 14 Tage im Stunde, aber mir kostet das bei 25 Millionen. Ich habe so viel zu tun, meine Freunde sagen mir, Frank, warum tust du das auch nicht? Jetzt arbeite ich wieder sieben Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag und ich muss das, ich muss da ungefähr, das kostet ungefähr 25 Millionen. Meine Freunde sind ein bisschen deppert, also wenn es solche Sachen macht, ja jeder glaubt, du bist dumm, wie können die die dann wollen?